ich nehme bei bäume ab weil ich nur noch die axt aber mein schwer kaputt ist warum hast du nicht mehr spiel auf reserve weil ich erst gestorben bin und das nicht mehr auf dem schirm hat ich habe ja gar nicht getroffen tricerat habe in ruhe jetzt 27 gegeben wieso greifen jetzt der tricerat ob ich habe dem nichts getan ich glaube der tricerat ob es alles an was andere dinos angreift in der umgebung das ist ein richtiger papa bär verteidiger aber ob er auch nehmen in sachen gekillt wie sie sich zu kommen das mit dem mit dem schnell machen mit dem zähmen und so das ein problem direkt vor dem das hat nicht funktioniert ich kann ich dann ich hau dich jetzt k.o. tricerat ob sie begreifen übrigens immer in der familie an greifst du einen hast du drei am hals das ist schlecht wo bin ich denn jetzt eigentlich ach da oh oh ich sehe was da passiert die machen zu bett ist kaputt ne und korvette greift du deinen korvette bist du doof du brauchst kein schwer du brauchst den lösen denn die k.o.haut dingens ich hatte eine bola und ich habe auch fast kein leben mehr ich bin tot ja hat sich ein glühstrumpf ich weiß nicht ob die dauer aggro sind geht's noch ja ich bin jetzt wieder gespawnt das heißt es wird ja nicht mehr akku auf mich sein oder weiß ich nicht ich bin nicht gespawnt bis jetzt es wird schon besser die machen immer noch um so bei sein oder auf mich keine ahnung mir hat auf jeden fall auch eingegeben und ich habe nichts getan aus dass ich hier war das renne wieder weg dann lass ihn wegrennen der andere sind wieder und den du eigentlich thamen wollte das mit den goldenen ich wollte einen anderen haben ich wollte gar nicht gehen aber die machen unsere sachen kaputt die blöden viecher es muss man auch staff von dir ist mir noch rucksack ich habe die ganze zeit nicht mit sperren sondern mit dem k.o.ding drauf ich komme es bitte nicht zur base laufen kannst du wieder von der base weglaufen dass wenn wir sterben sie wenigstens nicht zu mir ich dachte haus dann davon hinten auf die rennen ja dann die rennen ja ordentlich mit gas und so ich brauche mir doch die die stein schleudern für solche aktion ja schon ist die akkus in die laufen nur weg manchmal und ich weiß nicht nach welchem system jetzt kommt jetzt kommt wieder her als wieder akku oder auch nicht und dann von mir weg vielleicht hast du ihn fast jetzt ist das blatt ich habe kein holz wir sollten vielleicht nicht in das wasser kaputt machen immer feste tofte oh ja wir sind echt so eine mischung aus akku ängstlich das ist anstrengend ich glaube warum ich glaube wir bräuchten ihr die ne der läuft vor dir weg glaube ich ja wer läuft an dir vorbei parallel oder läuft wieder von mir weg keine ahnung jetzt ne ich schwimmt der ist auch in level 17 da können wir auch nicht drauf eingloppen wir laufen gegenseitig voneinander weg in der tat und ich bin wieder erschöpft und im wasser aber das bin ich auch gerade das bringt dich um ja ich war zu glück nah genug an dem dingens dass ich ins land gehen konnte willst du nicht einfach mal bolas bauen und ich beobachte ihn dabei mich frisst schon wieder hier so ein kleines vier hier an jas und jetzt auch noch gott es gibt halt hier nur nerviger mann warum sind alle vier nervig so ist das im echten leben ach fickt das echt leben ist ein spiel wow wow das frisst sich ruhig jetzt die ganze zeit der vogel ne bis du ihn kaputt machst so man muss es versuchen ja warte ist dein leben voll nein das dauert wahrscheinlich noch aber wenn wir ihn gebohlert haben ist ja egal ich weiß nicht der andere ist ja auch gewährte wo er gebohlert war dann stellst du dich so hin dass er dich erwischt jo der ist nämlich nicht mit bolan ich glaube ich kann ja bestimmte sachen nicht bolan jo geh nicht zu bolan das ist vielleicht auch nicht die beste gewesen sein ich haue ihn mit der zwiller aber ja das würde ich auch gerade muss nur hinterher kommen und ohne und doch nicht und doch nicht wir dürfen beide gleichzeitig der wechselstände ich werde kommt hier dran das auch er sind diese kleinen mistviecher so viel davon getötet wie tot geführt er kann sie halt um sich selber schießen wenn er mal nicht hinter sich hauen könnte das ist echt sinnvoll und hilfreich eine stoffschussung kaputt gegangen ich habe nur sechs steine nie nie mach mich nicht tot du soll ich gerade steine zu finden noch mal zu sammeln noch 38 ich muss nämlich immer einer weg lauf auf den er geht und der andere muss dann wieder drauf schießen viel aber es wird langsamer kann es sein ganz langsam auf mich zu als ob nichts wäre aber ich habe ich in die ganze zeit hat er ist es ist inventar öffnen hier und das dort 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 frisst du das vielleicht fleisch jetzt was ja jetzt ist ja das fleisch anscheinend rohes fleisch oder gebraten das fleisch hast du mir gegeben ist reingelegt ok dann kommen wir rohes fleisch für ihn gut so viel rohes fleisch noch haben mein schatz sagt er ist vielleicht jetzt einfach noch ein bisschen später angefangen und wir vielleicht frisst er nur super langsam die brauchen beides gleichzeitig wissen alles fressen ich würde es eigentlich wissen aber eigentlich funktioniert es ja gerade übrigens die zehn geschwindigkeit glaube ich aufs doppelte gestellt ich glaube die zehn geschwindigkeit aber nur ultra langsam luling luling ist aber kein männern name das ist ein mann wir können die robert nennen warum nicht robert robert weil es gibt jemanden mit dem ich arbeiten muss der robert robert oder ex meiner besten freundin heißt robert robert noch mehr roberts in meinem leben und werner nennen was werner nein bin er das muss kesseln wenn du so weitermachst dann benenn ich ihn einfach irgendwie weil viel schlimmer kann es ja nicht werden finde ich das aber frech aber ehrlich aber frech aber ehrlich one eternity later vielleicht nochmal ein speer 98,7 prozent komm schon futter schneller ja da ist er benennen dann tritzerat hauptsache ich jetzt hier bin soll ich ihn jetzt nur nennen ja natürlich ja nicht angesprochen ne ich will mich nicht angesprochen schon lange nicht an meinem spitzname so inventar öffnen sattel 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 kann ich gar nicht mal ich hab's noch nicht gelernt was kannst du nicht machen den narkotika du meinst den mit sattel sattel auch die Vielen Dank.